Am Dienstag spielen sie am 8.6. jetzt Dienstag in Düsseldorf, Tor 3, am Mittwoch dann in Gelsenkirchen in der Kaua, also 9.6. Sun, Erotic Jesus und Bad Little Dynamos, das gerade waren Sun, ich sag's nochmal dazu. Jetzt habe ich hier ein wunderschönes Info bekommen, wenn man dem Glauben schenken darf, dann hat sich da eine wunderschöne Geschichte auch abgespielt. 1990 war das nämlich, da lernten sich in den Kellergewölben eines Gladbecker Jugendzentrums fünf Musiker kennen, die in verschiedenen Bands spielten, aber Tür an Tür und haben sie sich irgendwann doch zusammengerauft. Wenn man das so glauben mag, dann war es dann so ähnlich wahrscheinlich wie bei Aerosmith und Run DMC, obwohl das war wahrscheinlich auch nur so im Video und ansonsten natürlich nicht. Aber es ist eine schöne Geschichte von Strombelfix, so heißt die Band und Strombelfix sind im Einzelnen Ace, Hella Waits, Torty Stardust, Ömmes, Danny Holy und Tuffy Brasil. Natürlich alle echt diese Namen, aber Strombelfix habe ich nochmal nachgeschlagen, weil ich gerne gewusst hätte, was das nun auf Deutsch heißt, habe ich nicht finden können. Vielleicht könnte mir ja weiterhelfen, aber jetzt erstmal hier Musik, Appearance von Strombelfix von Kassette. Na, wo ist es denn da? Ich werde dir die Hände weg und ich Sie für Essen essen essen. Ich werde dir die Hände weg und ich Sie für Essen essen essen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020